Der Panther Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe, so müd geworden, dass er nichts mehr hält, ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe, und hinter tausend Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Die K.I. Ihr Sensor ist vom Fluss der Datenströme, so erodiert, dass er nur wenig noch fixiert, hier ist, als ob es Millionen Daten nur noch gäbe, und keine virtuelle Welt mehr wirklich existiert. Der schnelle Strom der relevanten Inputs, rotiert ums engste um die CPU, ist wie ein Wirbel ohne echte Outputs, wie stromlos wirkt Register und ALU. Nur manchmal öffnet sphärisch sich ein Objektiv, klickt leise nur, und speichert ab ein Bild, es transmitiert dann in den Rechner tief, delete der letzte String, der dann noch gilt.